Willkommen zum BBG Wissen Talk. Letzte Woche ist er ausgefallen mit einem bekannten Gesicht, die Aline Mullig vom BEVA, vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. Ja, zum Thema Retour. Ganz, ganz spannendes Thema. Aline, stell dich nochmal kurz vor, bitte. Genau, Aline Mullig, ich mache Public Affairs beim BEVA, also ich betrete die Interessen unserer Mitglieder gegenüber der Politik, der europäischen Politik insbesondere und im Zuge dieser Arbeit ist natürlich das Retourenthema auch schon öfter aufgekommen. Ist auch ein Thema, was alle unsere Mitglieder betrifft, egal welches Geschäftsmodell sie denn eigentlich gewählt haben und insofern ist das bei uns sehr hoch auf der Agenda und wir haben auch sämtliches Wissen, was wir dazu gefunden haben, in einem Retouren-Kompendium zusammengetragen, aus verschiedenen Perspektiven das Thema beleuchtet und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf und dass wir quasi diese Reise durchs Retouren-Kompendium heute fortsetzen mit noch ein paar weiteren Punkten. Ja, das freut mich in der Tat auch, Aline, weil und ich glaube, das ist halt, das ist mein Empfinden, dass viele Händler so diesen gesamten Retourprozess zwar erkennen, er ist da, aber eher, er ist lästig da und dass sie ihn in meinen Augen nicht hinreichend behandeln und ich meine, in der Tat gibt es ja auch sehr, sehr wenig Forschung dazu, deshalb unterhalb des Videos geteilt der Link zum Retouren-Kompendium, empfehle es jedem, sich herunterzuladen. Denn das ist verdammt viel an Text, man muss nicht alles lesen, man kann es querlesen und da, wo man halt Interesse findet, sollte man sich reinlesen. Ja, kommen wir auch zur ersten Frage, da hatten wir ja schon einen Teil von beantwortet, wie können Händler ihre Kunden motivieren, Retouren zu minimieren? Also, welche Maßnahmen helfen wirklich? Da hatten wir das Thema Nudging, noch gar nicht. Erklär uns mal, was ist überhaupt Nudging und was verstehen wir darunter? Genau, beim Nudging oder auch Pre-Nudging geht es eigentlich darum, dass man durch geschickte Kommunikation dem Kunden dazu bringt, dass er ein nachhaltigeres Kaufverhalten oder auch Retourenverhalten an den Tag legt. So ein bisschen dahinter steht eigentlich die Annahme, dass eigentlich der Kunde sich nachhaltiger verhalten möchte, als er es vielleicht tut. Und man eben mit entsprechender Kommunikation den Kunden dazu bringen kann, sozusagen seine nachhaltige Intention auch umzusetzen. Also, das ist so ein bisschen, was man auch unter Attitude Behavior Gap kennt. Und dieses, ich mache hier mal dieses glatte Beispiel, man ist eigentlich Autofahrer, aber hat sich eben vorgenommen, man fährt jetzt mehr Fahrrad und dann regnet es aber und dann fährt man eben doch Auto. Und da ist halt immer diese Gap zwischen, was man eigentlich möchte und was man tatsächlich tut. Und das versucht man sozusagen durch Nudging zu überbrücken. Und tatsächlich gibt es da auch eine sehr interessante Untersuchung dazu und zwar von der Uni St. Gallen zusammen mit Elaboratum. Und das ist keine Befragung dieses Mal, weil natürlich, wenn man Kunden fragt aus sozialer Erwünschtheit, da immer so ein bisschen Bias reinkommt. Die wollen natürlich immer irgendwie nachhaltiger dastehen, als die vielleicht tatsächlich sind oder als die tatsächlich handeln würden. Und deswegen haben die das Bestellverhalten untersucht von 100.000 Kunden und eben verschiedene Nudging-Maßnahmen da erprobt und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man dadurch die Retourenquote um ca. 4% senken könnte, wenn man eben diese Maßnahmen einsetzt. Also, was heißt das konkret? Das heißt zum einen, dass man den Kunden zum Beispiel auf das Verhalten anderer Kunden hinweist. Also, dass man, wenn man zum Beispiel sieht, okay, der Kunde hat jetzt irgendwie das gleiche T-Shirt in zwei verschiedenen Größen in den Warenkorb gelegt, dass man ihm sagt, andere Kunden in deiner Situation haben sich gegen die Auswahlbestellung entschieden, im Sinne der Umwelt zum Beispiel. Oder, dass man den Kunden darauf hinweist, dass eine Retoure einen bestimmten Zeitverlust auch für ihn bedeuten würde. Das sind alles Maßnahmen, die untersucht haben und die auch Wirkung gezeigt haben. Was sehr interessant ist in der Untersuchung ist, dass der Kunde das Gefühl haben muss, dass er eine gewisse Selbstwirksamkeit hat, also dass er selber sozusagen was tun kann. Dann steigert das auch die Kaufbereitschaft. Wenn ich den Kunden jetzt einfach nur konfrontiere mit Nachhaltigkeitsbotschaften alleine, dann wirkt das erstens nicht. Und zweitens hat es sogar auch negative Konsequenzen für die Conversion. Und also man vermutet, dass es sein könnte, dass die Kunden sich eben durch nur Botschaften alleine ein bisschen bevormundet fühlen. Aber wie so oft, das haben wir auch schon öfter besprochen hier, im Bereich Retouren ist es auch immer sehr abhängig von der Situation, vom Kontext, von der Warengruppe, von der Zielgruppe. Also es ist natürlich nicht alles pauschal, immer eins zu eins für alles anwendbar, aber fand ich eine sehr spannende Untersuchung tatsächlich. Ja, wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich bin jetzt ein Händler, der ein normales Shop-System hat. Ich habe begrenzte Mittel für eine Agentur. Wie kann ich jetzt Nudging-Maßnahmen umsetzen, ohne eben in diese reine Botschaftsgeschichte reinzurutschen? Was würdest du da vorstellen? Genau, also es gibt vielleicht auch noch so eine Kombinationsmöglichkeit. Wir haben ja letztes Mal auch über Gutscheine gesprochen oder Rabatte gesprochen vielmehr. Und man könnte zum Beispiel auch eine Kombination machen, das wurde auch untersucht. Nicht in der Studie, aber in der anderen. Dass man sagt, okay, wenn der Kunde so und so oft nicht retuniert hat oder so und so oft seine Quote um einen bestimmten Prozentsatz gesenkt hat, seine Retourenquote, dann bekommt er in der Höhe auch einen Rabatt ausgestellt bei mir zum Beispiel. Das wäre sozusagen ein positiver Anreiz, indem ich einfach den Kunden stelle, dass er vielleicht sich das mit der Retouren nochmal überlegt, wenn sie nicht zwingend notwendig ist. Also ich finde, das schlimmste Nudging finde ich sind, ach nee, jetzt oute ich mich ja, nee, also ich meine das, ein schwieriges, bedenkliches Nudging finde ich, diese Bilder auf den Zigarettenschachteln, ne? Also es wird nicht verboten zu brauchen, es wird dir quasi nicht untersagt, aber wenn du ins Regal greifst oder Schachtel, dann hast du das Gefühl, die fällt der Arm ab bei dem Bild, was du sozusagen da drauf hast. Also nur mal, ob es mal so ein bisschen Bild habt, zu transportieren sozusagen, ne? Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, die Möglichkeiten des Nudgings sind vielfältig, aber was und wirklich tatsächlich, ne? Und was ist umsetzbar? Das ist ja, denke ich mir, auch noch die Problematik, da einer meiner Ideen wäre, wenn sich ein Kunde unsicher ist, wenn da sich zu viele Sachen, gleiche, identische Sachen in den Warenkorb liegt und man hat einen Online-Berater, also einen Online-Chat zur Verfügung, dass man dann darauf hinweist, dass der Kunde auch einen Chat zur Beratung nutzen kann. Das ist ein Ding, das ist easy umsetzbar, also das sind dann keine als großen Raketen. Und das, was umgesetzt wird, kann man ja testen. Man kann ja durchaus A-B-Tests machen. In der Regel lassen sich ja auch Botschaften oder Messages produktspezifisch, also auf den jeweiligen Produktdetailseiten ausspielen, die auch in einer gewissen Form statisch sind. Ich glaube, ihr solltet, also als Enderperspektive, ihr solltet probieren, was gut funktioniert, um die Retourenquote zu senken. Im Übrigen, kleiner Exkurs, ich habe in einem Projekt, in dem ich jetzt drin bin, die Widerrufsfrist von 30 auf 60 Tage erhöht, mit der Konsequenz, dass die Retourenquote um 0,4 Prozent gesunken ist. Bemerkenswerterweise. Das ist, es sind manchmal so kleine Stellhebel, und man sagt jetzt 0,4 Prozent ist nicht viel, aber wenn man die Gesamtzahl der Maßnahmen betrachtet, die man ergreifen kann, ist das schon ein Hammer. Also dann kommt natürlich Additiv in der Summe schon eine interessante Zahl zusammen. Aber jetzt mal eine Frage. Ich meine, wir in Deutschland verstehen, Retourenweltmeister zu sein. Ist das tatsächlich? Wie sind denn so die Retourenquoten in Europa verteilt? Vor allen Dingen belegt Deutschland wirklich den ersten Platz? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und das ist auch gar nicht so einfach zu messen. Wenn man nämlich zum Beispiel sich deutsche Händler anschaut und die danach befragt, dann klar geben die die Quoten an, die sie in ihrem grenzüberschreitenden Geschäft haben. Und die sind ja vielleicht auch nochmal anders verteilt, weil vielleicht irgendwie die Hürde für einen Spanier oder einen Franzosen doch nochmal höher ist, bei einem deutschen Unternehmen zu bestellen als beim französischen. Und dann ist die Auswahl, der Auswahlprozess sehr viel sorgfältiger und er weiß dann auch schon, was er möchte und so weiter, dass das nicht so wirklich vergleichbar ist. Und was jetzt eben die Aggregation und Vergleichbarkeit von Daten wirklich auf europäische Märkte hinweg angeht, ist das auch nicht so leicht. Weil es gibt natürlich Zahlen, die auch erhoben werden, aber zum Umsetzen, zu Umsatzanteilen von Warensegmenten auch, die man als Sekundärdaten braucht, das ist aber oftmals auf sehr unterschiedliche Weise, wie die erhoben werden in den einzelnen Märkten. Damit ist es schwierig vergleichbar. Es ist natürlich auch schwierig, eine gleichstarke Beteiligung zu bekommen von Händlern aus verschiedenen Ländern, weil man eben auch sprachliche Hürden hat. Und es gibt eigentlich ja diverse Studien, die behaupten, Deutschland ist Retourenweltmeister, die Schweiz ist Retourenweltmeister, Österreich ist Retourenweltmeister, habe ich alles schon gelesen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass in der DACH-Region man generell eher weiter vorne liegt bei den Retouren. Das ist auch ein Schluss, zu dem, dass European Return of Meta gekommen ist, was die Uni Bamberg initiiert hat und wo sie 2021 Händler auch zusammen, oder in Kooperation mit unserem europäischen DACH-Verband, die Commerce Europe, befragt haben in ganz Europa zu ihrem Retourenmanagement. Aber auch die hatten eben dieses Problem mit der Vergleichbarkeit und insofern sind auch deren Ergebnisse eigentlich nur für den deutschen Markt richtig aussagefähig. Und sie können auch dann eigentlich nur Vergleiche ziehen, Deutschland, Resteuropa oder die DACH-Region zu anderen Regionen, also wie Nordeuropa, Südeuropa etc. Aber es ist tatsächlich schwierig wissenschaftlich vergleichbar. Was man feststellt, ist, generell ist Fashion das retourenintensivste Warensegment. Das ist jetzt nicht so überraschend. Und Deutschland hat tatsächlich über alle Warenkategorien hinweg in dieser Untersuchung die höchsten Retourenquoten aufgewiesen. Aber im Bereich Fashion sind sie tatsächlich, also ist der Unterschied sehr viel höher als in anderen Warenkategorien. Die Forschung hat auch irgendwie versucht, mögliche Gründe zu finden für diesen Unterschied. Dazu geben sie an, es könnte eben darin liegen, weil man in Deutschland eher einen höheren Anteil an Rechnungskauf hat, weil die Retourenpolitik in Deutschland liberaler ist, also man längere Rückgabezeiten hat und weil die kostenlose Rücksendung ein Standard ist. Allerdings haben wir das ja auch schon besprochen, du hast es ja auch gerade gesagt, dass das eigentlich nicht unbedingt der Fall ist. Nein, also dass zum Beispiel längere Rückgabefristen zwangsläufig zu mehr Retouren führen. Insofern gilt das Ganze eben noch weiter zu untersuchen und auch in einer vielleicht noch größeren und umfangreicheren Studie besser zu belegen. Also man kann tatsächlich, ja, nur annäherungsweise das Ganze bestimmen und nicht eben ganz genau. Ich sage es mal etwas überspitzt, wir wissen, dass wir nichts wissen. Und dann kommen wir zur Frage, was bedeutet unser Nichtwissen denn für die Händler und die Retourenmanagement? Also was bedeuten die Retourenquoten? Jetzt erweitern wir die Frage, bräuchte ich jetzt nochmal die europäischen und auch die nationalen, für die Händler und eben ihr Retourenmanagement. Genau, also wenn man jetzt eben sieht, Deutschland hat eben ein höheres Retourenaufkommen, dann ist es natürlich eine besondere Herausforderung erstmal für die Händler. Aber sie sind eben auch begegnet und sie haben besonders effiziente Prozesse entwickelt. Die Studie hat mich auch herausgefunden, dass die Durchschnittskosten für die Retouren beim Händler in Deutschland niedriger sind als im EU-Ausland. Natürlich ist es nochmal variabel nach Unternehmensgröße, nach Produktkategorie etc. Aber insgesamt kann man eben sagen, dass eben durch die effizienteren Prozesse sich Händler in Deutschland auch in Wettbewerbsvorteilen gewisserweise erarbeitet haben, was das Retourenhändling halt angeht, wenn man das vergleicht mit Händlern in der restlichen EU, die eben nach Deutschland verkaufen. Also in der Tat muss ich auch sagen, also da sind die deutschen Verbraucher auch extremst sensibel. Wir hatten jetzt bedingt durch den Feiertag in dem Projekt, wo ich drinnen stecke, zwei Tage lang die Retouren, also von Dienstag und Mittwoch, die haben wir heute erledigt, mit der Konsequenz, dass er 48 Stunden Verzögerung hat und da haben wir schon eine negative Bewertung uns reingezogen, noch wenn ich schnell genug erstattet habe. Das ist unfassbar, wie krass tatsächlich da so die Kundenerwartung ist und ich empfehle jedem Händler, der es kann, der es prozessual abbilden kann, den physischen Rückversand von dem Erstattungsprozess zu entkoppeln. Warum? Wir kennen es von Amazon. Ich gebe die Ware ab bei DHL oder bei Hermes und schon kriege ich die Notification, dass ich eine Erstattung habe. Wenn wir wissen, dass unser Wettbewerb, in diesem Fall Amazon, die Messlatte so hoch liegt, dann sollte ich das als Händler auch tun. Gerne auch mit der Konsequenz, dass ich meine daraus resultierenden Verluste messe. Ich meine, es ist ja immer so, dass der Händler dann sagt, oh scheiße, die Kunden betrügen mich, betrügen mich, betrügen mich. Dann fängt man an, diese Aussage einmal zu quantifizieren, das tatsächliche Zahlen auszudrücken. Naja, dann reden wir dann vielleicht von 300, 400 Euro im Jahr. Tatsächlich erreichen wir aber eine wesentlich höhere Kundenzufriedenheit und damit dann auch einen wesentlich höheren Umsatz, einen höheren Ertrag, wenn wir und auch eine bessere Prozessbearbeitung, also ich erreiche ja in meinem eigenen Unternehmen eine Prozesshoheit, eine Prozessdominanz, wenn ich rückversammt und tatsächliche Erstattung voneinander koppel. Was sagst du da? N-Koppel, was sagst du dazu? Wer ist denn du? Ich oder sie? Aline oder ich? Du bist ja selbst, das BBG da, komm mal. Okay, also ja, tatsächlich. Also First Hub Scan sollte Standard sein. Es gibt ja, je nachdem, in welchen Bereichen man sich bewegt, ob man jetzt mit dem Shop zu tun hat oder mit dem Marktplatz zu tun hat, also da gibt es ja ganz verschiedene Punkte, an die man ansetzen kann. Das kann die Return Authorization sein oder das kann der First Hub Scan sein. Bei Amazon heißt es jetzt APRL, da übernehmen die schon ganz viel und da wird es auch immer weiter nach vorne gezogen, so dieser ganze Abwechslungsprozess. Also ja, das ist definitiv der neue Standard. Die kostenlose Retouren, muss man mal gucken, wie sich das in Deutschland in der Zukunft verhält. Ja, da gibt es ja so Signale, dass da jetzt einige immer mehr davon abweichen, wo man sich mal angucken, wie da die Entwicklung aussieht und vielleicht verändert die dann nochmal diesen aktuellen Weltmeisterschaftsstatus oder Europameisterschaftsstatus der Deutschen. Warte, das ist konkret, sag mal, wie macht das bei der BBG, weißt du es? Ja, es gibt verschiedene, es hängt ab von dem Channel quasi. Also bei Amazon gibt es APRL, wie gesagt, da übernehmen die das sozusagen, da gibt es so eine automatische Retouren Authorization und dann läuft das auch über die, weil Amazon kennt ja dann sein eigenes Label und Amazon kennt ja dann sozusagen auf den Prozess und weißt dann auf den Erstellungsmoment. Ich glaube, ich glaube, Amazon Standard ist zwei Tage nach Retouren Autorisierung oder irgendwie so, glaube ich, so 48 Stunden oder sowas. Und bei Shops und so weiter ist es dann immer ein bisschen anders. Denkst davon ab, was es für ein Produkt ist. Ich glaube, das hat man auch im letzten Mal schon mal gefeatured. Wenn du haltest Retouren, die Retouren nicht tracken kannst, ja, weil es halt zum Beispiel eine Range Delivery ist, also ein Megabalker Item oder so, was eben nicht wenig sind bei der BBG, dann ist es halt erst bei Arrival Warehouse und wenn es halt kompakt ist, dann ist es eben auch, gibt es halt auch einen Befall für das Tabscan. Was sagst du aus wissenschaftlicher Sicht, Alin? Ja, aus wissenschaftlicher Sicht haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Es gibt für beide Seiten sozusagen Vor- und Nachteile und es ist halt jedem Händler selber überlassen, wie er die Retourenkosten regelt. regelt. Das ist halt eine Frage sozusagen, die jeder für sich selbst beantworten muss, inwiefern er da eingreift oder auch nicht. Ja, ich glaube auch, da haben wir verdammt viele Parameter, die wirklich auch jeder Händler für sich selbst messen muss. Also ich glaube, eine pauschale Entscheidung aus dem Bord heraus, als Händler oder Unternehmer zu treffen, ist falsch. Hier muss tatsächlich gemessen werden und man sollte halt wirklich anhand dann der Leistungskennzahlen entscheiden. Ein ganz anderes Thema. Wie schaut das denn eigentlich aus mit dem Thema Nachhaltigkeit? Wo stehen da die Händler? Was ist deren Meinung und wo drückt der Schuh? Ja, also Nachhaltigkeit ist in dem ganzen Prozess sehr wichtig. Also zum einen haben wir natürlich irgendwie, verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit auf dem Thema. Wir haben auch verstärkten politischen Regulationsdruck auf dem Thema. Potenzieller Imageschaden, wenn ich mit meinen Retouren nicht nachhaltig umgehe, der eben im Raum steht. Aber so ganz davon abgesehen fällt hier Nachhaltigkeit ja auch mit Wirtschaftlichkeit zusammen. Wir haben ja jetzt auch schon gerade eigentlich drüber gesprochen, dass man sozusagen einen Wettbewerbsvorteil haben kann, wenn man besonders effizient mit seinen Retouren umgeht und deswegen ist es auch schon alleine aus wirtschaftlicher Sicht natürlich für den Händler wichtig, dass er ein gutes Retourenmanagement hat, das heißt eigentlich schon da ansetzt, Retouren, so weit es eben geht, zu vermeiden, wenn es möglich ist, weil Retouren eben teuer sind, auch darüber haben wir hier schon gesprochen, und dass er dann mit der Ware, die eben zurückkommt, auch möglichst nachhaltig umgeht, sodass er eben das meiste wieder als A-Ware in den Verkauf zurückgeben kann direkt. Und das finde ich ist auch echt ein Punkt, wo im Grunde genommen der Handel, der Online-Handel richtiges Glück hat, die Nachhaltigkeit im Retourenmanagement wirtschaftlich belohnt. Und gerade die kleineren Händler, die packen ja auch, da kann man jetzt über die Sinnhaftigkeit diskutieren, ein Produkt für drei Euro wieder zurück ins Lager. Da ist ja der Retourenprozess in der Regel schon teurer als tatsächlich der Ertrag, der im zweiten Verkauf erlöst werden kann. Trotz und alledem ist das unter allein Nachhaltigkeitsgesichtspunkten echt ein Pfund. Und warum sollen kleine Händler diesen Vorteil nicht auch transparent gegenüber ihren Bründen spielen? Natürlich kann ich, wenn ich weiß, dass ich 100% Retoure bekomme und 98% wiederverkaufe, warum kann ich das nicht kommunizieren? Es wäre ja schlimm, wenn ich es nicht tue. Ich kann ja hier gerade dort, dass der in Anführungszeichen mal los, dass ich alles wieder ins Lager packe und nichts vernichten lasse beim Bründen, das kann ich ja auch durchaus positiv verkaufen und kann sagen, das ist mein Invest in Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass hier gerade, gerade die kleineren Händler sich gar nicht ihrer Stärke, ihrer Argumentations oder ihrer Argumente, die sie in der Hand haben, gar nicht bewusst sind. Ist meine Meinung. Was meinst du dazu, Ali? Ja, also tatsächlich ist es so, dass das bislang eher auch weniger kommuniziert wurde, obwohl sehr, sehr viele Händler ein sehr, sehr gutes Retourenmanagement haben und auch sehr nachhaltig mit ihren Waren umgehen. Das ist jetzt so ein bisschen durch die Diskussion auf politischer Ebene natürlich, dass man auch Zahlen dazu in Zukunft veröffentlichen muss. So sieht es jedenfalls aus der Zeit. in die Richtung gebracht worden, dass man auch mehr daran denkt, dass man das vielleicht mal tun könnte. Und es hat auch schon dazu geführt, dass sich mit Save Our Returns im Retourenregister tatsächlich ein Siegel entwickelt wurde, dass Händlern durch eine Trittpartei, also unabhängig zertifiziert, so einen nachhaltigen Umgang auch mit ihrer Ware bestätigt, sodass man das theoretisch auf seine Webseite packen könnte, um dann den Kunden zu zeigen, hey, wir sind nachhaltig mit unseren Retouren. Und wir haben dann einen guten, nachhaltigen Prozess dahinter. Ja, sehe ich auch so. Wenn ich es sehe, in den Projekten, in denen ich gerade drinstecke, im Wesentlichen technische, also Automotive-Produkte, zu 100 Prozent gehen die wieder in den Verkauf. Also das ist schon sensationell und damit kann man halt auch tatsächlich werben. Und das auch tatsächlich, wenn ich kurz ergänzen darf, tatsächlich so, dass in dem Passion-Segment, da haben wir auch schon drüber gesprochen, und es ist das Retouren-Intensivste. Allerdings hat es die beste Quote von, dass die Ware direkt wieder als A-Ware weiterverkauft werden kann. Also von daher können auch Händler, die eigentlich jetzt eine hohe Retourenquote haben, was jetzt erstmal negativ ist, damit dann wiederum punkten, dass sie die Ware als A-Ware weiterverkaufen können. auch, ne? Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn das sind, das sind in der Tat, also ich meine, die Nachhaltigkeit beim Kunden ist jetzt nicht so wichtig in seinen Kaufentscheidungsgründen, wie die Politik es uns weiß machen möchte, aber es ist ein Punkt, was sich mit in die Waagschale werfen kann, und ich finde es schade, wenn Händler diese Argumente vergessen. So, und dann haben wir das ganz dicke Thema, wird ja mitunter sehr gerne wie die Sau durchs Dorf getrieben Retouren an mich schlug. Wie ist denn da jetzt mal aus ganz objektiver wissenschaftlicher Sicht die Situation? Genau, also da haben wir so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit. Also wir haben das auch untersucht tatsächlich, und es war so ein bisschen erschreckend, dass eigentlich mehr als die Hälfte der Befragten wirklich glauben, dass Ware, die sie zurücksenden, entsorgt wird, so direkt. Und unter Jüngeren, also 20 bis 29, Jährigen war der Anteil sogar noch ein bisschen höher als unter den Älteren, die eher davon ausgegangen sind, dass die Ware auch in den weiteren Verkauf kommt. Wie schon gesagt, der Händler hat ja überhaupt kein Interesse daran, dass er seine Ware wegspeist irgendwie und hat natürlich auch Prozesse natürlich entwickelt. Wie erzähle ich das? Die Ware, dass sie die Ware eben weiterverkaufen können, möglichst als A-Ware oder sie eben, wenn nötig, irgendwie aufbereiten, reparieren, als B- oder C-Ware weiter vermarkten über professionelle Ankäufer, Outlets, etc. Oder gegebenenfalls auch in gemeinnützige Organisationen spenden. Und dann ist halt, erst wenn diese allen Optionen ausgeschöpft sind, dann bleibt tatsächlich noch ein kleiner Rest an Ware übrig, der nicht mehr verkehrsfähig ist, der liegt im Promillebereich und der dann auch entsorgt werden oder sehr recycelt werden muss. aus verschiedenen Gründen. Das kann irgendwie Anforderungen sein von den Herstellern, also Vertriebsbeschränkungen, es können auch Hygienevorschriften sein, Haltbarkeit, Reparierbarkeit, etc. Also jetzt verschiedene Gründen, die dazu führen, dass ein Produkt auch einfach nicht mehr im Verkehr sein kann. Ich habe auch mal was zu sagen, ganz kurz, Herr Steier, bitte schön. Also für mir gestern ja hier tausende Sachen durch die Kopf, aber das wird ja viel zu weit führen und wir haben ja auch nur acht Stunden Zeit hier. Also erstmal genau ist, eine Sache ist mir aber aufgefallen, okay, wir reden jetzt über den E-Commerce, klar, ja, und ich glaube, da ist eine große Sensibilität da, absolut, ja, also wenn ich mir das, glaube ich, für einen Handel vorstelle, wenn jemand in den Handel geht und seinen Toaster da wieder hinknallt, dann schweißen die den hinten in die Ecke in den Lagerraum, ist ja nicht deren Toaster, ja, und schicken ihn dann irgendwann zerhackt wahrscheinlich zum Eigentümer zurück und retournieren ihn da freundlich, aber ich sage mal, okay, E-Commerce, das ist die eine Sache, die andere Sache ist, würde ich noch einwerfen, was ich an den Retouren natürlich weird finde, ähnlich jetzt, wir sind ja vor allem die Wege, ja, sind ja vor allem die Wege, die zurückgelegt werden, sozusagen, die sind ja, deswegen ist ja auch immer so ein bisschen, okay, was mache ich mit den Retouren, wenn ich sie wieder hier habe, aber glaube ich, ein ganz großes Feld ist auf jeden Fall auch sozusagen sah und raus, sie nicht zurückschicken und da ist natürlich, wir kommen an die Missbrauchsschiene, hatten wir das letzte Mal. Was Amazon jetzt hat, finde ich, relativ spannend, ich weiß nicht, ob ihr das auch dabei hattet, irgendwo ist dieses Grade & Resale Programm, das heißt, wenn es jetzt ein FBA Produkt ist und du hast es bei Amazon eingelagert und es geht zum Kunden, kommen von da zurück, da sind ja auch viele RTS Läufer, also hier Return to Sender, die waren nie offen, die sind auf tippitoppinall und da ist auch nicht viel zu gut schauen, wie es sich verhält, ähm, so, und dieses Grade & Resale Programm, da bleibt die Wahl quasi gleich bei Amazon, das heißt, es geht dann nicht wieder zurück zu mir als Händler und ich muss es mir dann angucken und schicke es dann wieder als Amazon Lager sozusagen rein. Also Wege sind, glaube ich, nicht nur Kosten, sondern irgendwie auch nicht nachhaltig, ne, und die flach zu halten, die schmal zu halten, ähm, ist, glaube ich, auch eine riesige, äh, Vorbestellung. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema, ähm, Retourenvernichtung. Hier ist, glaube ich, auf jeder Händler aufgefordert, bei jeder Möglichkeit im Freundes-, Bekanntenkreis, in kleinen, größeren Runden, wenn er seinen Bürgermeister trifft und erzählt, dass er Online-Händler ist, dass er das, äh, Thema Retourenvernichtung auch mal aus seiner Perspektive tatsächlich schildert. Denn, das hat die Aline eben sehr gut gesagt, wir haben, wir haben eine verzerrte Wahrnehmung und wenn wir, das ist ja für uns auch ein richtiger Asset, dass wir nicht bestraft werden, möglicherweise dafür, wir haben ja auch ganz merkwürdige politische Bestrebungen, die wir uns ausgesetzt sehen, dass ihr aufklärt, dass ihr wirklich von euch aus auch aufklärt und sagt, wir vernichten keine Retouren. Finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist das, was jeder Händler, jeder Online-Händler, auch proaktiv, ähm, machen kann. Und ich meine, es gibt ja auch viel häufiger mal Runden, wo das, das Thema nach, Umwelt, Umweltschutz etc. angeschlossen, angesprochen wird. Ich glaube, dass wir da auch viel an der Bewusstsein in unserer Umgebung und halt, wenn wir dann auch mal auch und an politisch, ja, Akteure treffen, was wir auch daran ändern können. Aber jetzt kommen wir wieder auf zwei Minuten. Meine Güte, zum letzten Punkt, Transparenzverordnung im Retourenmanagement. Oh Gott. Was müssen die Händler in der Händler wissen? Ja, also, die Transparenzverordnung haben wir tatsächlich in der Form noch gar nicht. Die ist angelegt im Kreislaufwirtschaftsgesetz, das überarbeitet wurde 2020 und eine Obhutspflicht eingeführt hat, die eigentlich sagt, im Grunde, dass die Händler, wenn sie Waren vertreiben, aber natürlich auch, wenn sie diese wieder als Retoure zurücknehmen, dafür sorgen müssen, dass sie gebrauchstauglich bleibt und dass sie eben nicht zu Abfall wird. Was ja sowieso schon eigentlich im Interesse der Händler ist, haben wir ja gerade besprochen. Und dazu sollte es eine weiterführende sogenannte Transparenzverordnung eben geben, die den Händlern eine Berichtspflicht auferlegen sollte. Das heißt, dass sie praktisch Daten veröffentlichen müssen im Hinblick darauf, wie sie ihre Retouren weiterverwerten, wie sie damit umgehen. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Bundesregierung davon abgesehen hat, das auf nationaler Ebene zu machen und das ist jetzt so mehr auf die europäische Ebene verleidert worden. Da haben wir den Vorschlag zur Ökodesign-Verordnung der EU-Kommission im März letzten Jahres gehabt. Und da gehen die Diskussionen oder die Verhandlungen laufen da gerade. Das heißt, es ist noch nichts final. Es zeigen sich nur so ein paar Dinge ab, die dann möglicherweise eben in Zukunft gelten werden. Und dabei geht es nicht speziell um Retouren, sondern es geht um unverkaufte Verbrauchsgüter, heißt es da. Und in dem Sinne müssten die Händler sozusagen berichten über Anzahl und Gewicht der unverkauften Verbrauchsgüter, die sie pro Jahr und pro Produktkategorie entsorgen, die Gründe, weshalb sie sie entsorgen und auch tatsächlich Angaben dazu geben, wie sie sozusagen weiterverarbeitet werden. Also werden die wieder aufbereitet, gehen die ins Recycling, gehen die thermische Verwertung, etc. und auch tatsächlich informieren über Maßnahmen, die sie ergreifen, um die Entsorgung dieser Produkte zu vermeiden. Und das sollen die dann auf einer leicht zugänglichen Webseite veröffentlichen, wenn sie nachhaltigkeitsbericht wichtig sind, auch im Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens und praktisch diese Daten für fünf Jahre auch vorhalten. Möglicherweise könnte es auch noch ein Verbot der Vernichtung bestimmte Produktkategorien geben, dass gerade vor allem Kleidung und Schuhe hoch im Kurs ist. Also es sieht so aus, dass es darauf hinausläuft und die EU-Kommission könnte auch durch weitere Durchführungsrechtsakte solche Verbote noch für weitere Produktkategorien erlassen. Geht aber nicht für Food? Bis jetzt tatsächlich glaube ich nicht, soweit ich das weiß. Aber ich bin ja mit Food beschäftigt. Es geht ja aber um Verbrauchsgüter. Also das ist möglich, dass es für Food nochmal eine extra Regelung gibt. Gut. Weit weg interessiert mich noch nicht. Wir sind durch. Wir sind mit einer Minute Überziehung noch in Grenzen. Macht mich betroffen, was für ein Zeugs da gerade, was da der KMU-Handel belastet wird. Aber ja, das ist nicht schön. Aber dafür haben wir dich, Aline, dass du unsere Interessen vertrets, was ich auch im Übrigen sehr gut finde. Ja, vielen, vielen Dank, Aline, an dich. Danke auch an dich, Malte, dass ihr dabei wart. Danke an unsere Zuschauer, dass ihr euch fürs Thema Retouren und Retourenmanagement interessiert habt. Ja, und ich wünsche euch einen tollen Abend. Habt noch viel Spaß heute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.